Ich möchte einen zentralen Überblick oder überhaupt einen Überblick geben über die zentralen Aktionen in Erasmus Social Bildung. Für 2023 ist auch wieder ein Aufruf vorgesehen. Und hier ist eben der tatsächliche Aufruf noch nicht veröffentlicht. Deswegen berufe ich mich momentan noch auf den Aufruf von 2023. Ich habe momentan auch den Chat ausgeschaltet, um mich auf die Folien zu konzentrieren. Aber ich werde dann danach durch den Chat gehen, beziehungsweise würde ich bitten, dass man mich gerne auch nachher anruft, anruft, E-Mail schreibt und dergleichen, damit wir dann diverse Fragen ausführlich beantworten. Ich habe gesagt, es geht um die zentralen Aktionen. Wenn es zentrale Aktionen gibt, gibt es auch dezentrale Aktionen. Was ist eine zentrale Aktion? Eine zentrale Aktion ist, wenn alle Projektanträge, egal aus welchem Land sie kommen, und die Aktionen, für die ich verantwortlich bin, die sind ja zum Teil weltweit, wenn diese Anträge direkt in Brüssel eingereicht werden und man mit zum Teil der ganzen Welt in Konkurrenz steht. Während bei den dezentralen Aktionen teilt die Europäische Kommission schon im Vorfeld ein bestimmtes Budget Österreich zu und alle österreichischen Koordinatorinnen beteiligen sich bei dem Aufruf und reichen direkt in Österreich ein und sind in Konkurrenz mit allen anderen österreichischen Institutionen. Das ist der große Unterschied. Also wir befinden uns im zentralen Bereich. Des Weiteren, eine wichtige Definition ist, die 27 EU-Mitgliedstaaten, also UK ist nicht mehr dabei, das ist eine gern gefragte Frage. UK ist kein EU-Mitgliedstaat mehr. Und dann die anderen Programmländer, die assoziierte Drittländer sind, das heißt, die zahlen ins Programm ein, damit sie mitmachen können. Das ist eben Lichtenstein, Island, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und die Türkei. Die haben wir früher Programmländer genannt. Und dadurch, dass diese Bezeichnung, während diese sperrige, sehr lang ist, weil diese Kurzbezeichnung wesentlich angenehmer ist, werde ich sie auch in den Folien verwenden. Sie sind kursiv, damit man weiß, das ist nicht mehr der gängige Name, aber es ist ganz einfach der kürzere Name. Sie sehen, das ist auch eine beliebte Frage, die Ukraine ist nicht dabei, weil die Ukraine momentan nicht ins Programm einzahlt und somit auch kein assoziiertes Drittland ist. Und dann letztendlich gibt es die nicht mit dem Programm assoziierten Drittländer, das sind jene Staaten, die nicht ins Erasmus-Plus-Programm einzahlen. Und die haben wir früher Partnerländer genannt. Und ich werde auch diesen Namen weiterhin verwenden, weil es kürzer ist. Hier zeige ich euch wirklich den Überblick einmal für Erasmus-Plus, für die Hochschulbildung. Ihr wisst, wir haben jetzt auch Sport, wir haben Jugend, wir haben Berufsbildung, Schulbildung, Erwachsenenbildung, Querschnittsmaterie und so weiter. Das ist eigentlich der Überblick, bei welchen Aktionen könnt ihr in der Hochschulbildung einreichen. Und die namhaftesten Aktionen habe ich euch aufgezeigt. Wobei, also ich gehe jetzt nicht auf Key Action 3, also über die Policy Reform, weil da gibt es immer wieder Aufrufe, aber die poppen eigentlich auf, wenn ein gewisser Bedarf ist. Während bei der Key Action 1 und bei der Key Action 2, da sind wir normalerweise zu Hause, weil da gibt es wirklich regelmäßige Aufrufe. Und hier unten Jean Monnet. Die gelb markierten Aktionen werde ich jetzt vorstellen. Da werde ich den Überblick geben. Während die anderen Aktionen sind entweder dezentral, also die weißen Aktionen, wie das berühmte Students and Staff, also die Key Action 131 und 171, die früher 103 und 107 war. Die werde ich nicht erwähnen. Die wird dezentral in Österreich eingereicht. Aber ich werde die relativ neue Aktion Virtual Exchange vorstellen, weil das ist eine zentrale Aktion und die könnte auch für Sie, für euch interessant sein. Dann bei den Kooperationspartnerschaften. Hier gibt es Oberüberschriften, die manchmal ein bisschen verwirren, weil es gibt, man sieht, die Key Action 2 heißt Kooperationspartnerschaften. Und dann gibt es die erste Untergruppe, die heißt Partnerschaften für Kooperation. Und darunter steht auch gleich wieder die dezentrale Aktion Kooperationspartnerschaften. Das waren früher die strategischen Partnerschaften. Also es ist ein bisschen ein Wortspiel. Aber darunter fällt auch Capacity Building in Higher Education. Das werde ich vorstellen, weil das eine zentrale Aktion ist. Dann die Partnerschaften für Innovation. Die werde ich ganz am Schluss vorstellen, weil die schon Richtung Berufsbildung abzweigen und auch zum Teil Erwachsenenbildung sind die Allianzen für Innovation und die Forward-looking Projects. Und dann gibt es die Partnerschaften für Exzellenz. Da ist das bekannte Erasmus-Mundus-Programm, die European Universities. Ich werde allerdings nicht auf die Teacher Academies eingehen, weil wir uns da entschieden haben, das führt von meiner Kollegin Sabine Müller vom Schulbildungsteam beraten. Also falls gerade in Richtung PHs, wenn man da etwas einreichen möchte, dann bitte sich bei der Sabine Müller beraten lassen und melden. Letztendlich gibt es hier unten eben das Programm Jean Monnet. Das gehört zu keiner dieser drei Key Actions und das ist auch ein eigenes Universum, wie man gleich sieht. Insgesamt hat die Kommission 26,2 Milliarden zur Verfügung gestellt und zusätzlich 2,2 Milliarden von den externen Finanzinstrumenten für die sogenannten internationalen Programme. Und das betrifft vor allem Capacity Building in Higher Education. So, ich springe gleich einmal hinein in den Virtual Exchange. Ich habe ganz bewusst die Aktionen nicht auf Deutsch bezeichnet, weil meistens reicht man sowieso in Englisch ein. Das Funding Tender Opportunity Portal ist auf Englisch, deswegen verwende ich in dem Fall die englischen Ausdrücke, damit es hier keine Verwirrung gibt oder Irritation. Dieses Virtual Exchange ist unter der Key Action 1, gehört zur Mobilität, wobei, und man sieht es gleich ein bisschen weiter unten, habe ich unterstrichen, es keine physische Mobilität gibt. Diese Aktion und auch den Budgettopf teilen wir uns mit dem Bereich Jugend. Das heißt, es gibt keinen abgegrenzten Budgettopf für den Hochschulbereich, sondern die besten Projekte werden gefördert. Und ob das im Hochschulbereich oder im Jugendbereich ist, ist der Europäischen Kommission relativ egal. Die besten Projekte werden genommen. Wir werden auch dieses Gemisch jetzt in Zukunft öfter sehen. Worum geht es hier? Also ich nehme hier nur ein paar Stichworte heraus. Die Folien kann man danach sowieso abrufen auf unserer Webseite. Es geht um Online-Aktivitäten zwischen Menschen. Es soll ein interkultureller Dialog sein. Es ist eine Partner-Land-Aktion. Also man sieht es gleich, mit welchen Regionen man das machen soll. Also es ist keine Aktion innerhalb von Europa, sondern nach außen hin. Und bei den Menschen meint man ganz einfach Personen zwischen 13 und 30. Das ist die Zielgruppe. Man möchte eben eine elektronische Plattform anbieten. Diese Plattform muss es im Prinzip schon geben. Also die Einrichtung der Plattform wird nicht angeboten. Es sollen dann geschulte Moderatorinnen sein, die mit kleinen Gruppen arbeiten. Und dann, wie man schon im letzten Bullet-Point sieht, eben Kurse anbietet. Ach so, wo? Okay. Hallo? Okay, hat es ein Wert dazwischen gesprochen. Ich würde auch bitte alle bitten, auf Stumm zu schalten. Also B101 8805 hat sich wieder gemeldet. Ja. Also es geht eben um interkulturellen Austausch. Wie gesagt, es geht zwischen unterschiedlichen Regionen. Es geht um kritisches Denken, um Medienkompetenz. Wie nutze ich soziale Medien? Und wie entwickle ich meine soziale, meine digitale Kompetenz? Wie kann ich Werte vertreten? Wie Freiheit, Toleranz, Nichtdiskriminierung? Das sind momentan, gerade momentan, sehr, sehr wichtige Themen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, auch die Jugend und die jungen Menschen zu unterstützen, das zu verstehen und nicht sofort auf Fake News zu reagieren und zu glauben, dass alles, was in Facebook sind, die jungen Leute gar nicht, aber Twitter, Instagram oder dergleichen, dass sie das gleich glauben. Und man möchte eben die Verbindung zwischen der EU und den Partnerländern stärken. Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Regionen und hier berufe ich mich auf den Aufruf 22, weil ich leider noch nicht weiß, welche Partnerregionen nächstes Jahr für 2023 gefördert werden. Also beim Aufruf 2022 war das eben der Westbalkan mit einer Million. Euro insgesamt, die östliche Partnerschaft, da gehört unter anderem die Ukraine dazu, da gehört der Kaukasus, Moldau und Weißrussland dazu. Auch da müssen wir warten, wie die EU entscheidet. Dann Russland, hier werden wir sehen, was die EU in der Zukunft machen möchte. Südliche Nachbarschaft, das sind quasi die Staaten von Marokko bis rauf nach Syrien. Und Sub-Sahara, also alles, was unterhalb von der Sahara ist. Da gab es bis zu zwei Millionen Euro Förderung. Dann wie sahen die Konsortien aus? Das waren mindestens zwei Hochschulen oder und Jugendorganisationen, also eine Hochschule kann auch mit einer Jugendorganisation zusammenarbeiten, aus mindestens zwei Programmländern und mindestens zwei Hochschulen und oder Jugendorganisationen aus Partnerländern. Die Laufzeit, wie man sieht, drei Jahre. Das Projekt an sich ist, und da geht es um die Personenanzahl, bis zu einer halben Million und 95 Prozent der Gesamtkosten wurden gefördert. Erasmus Mundus läuft seit 2004. Hier gibt es mittlerweile zwei Lots. Hier ist es wieder Lot. Erasmus Mundus Joint Master, also wie gesagt, das, was seit 2004 läuft. Hier werden Hochschulkonsortien gefördert, die einen hochwertigen, international integrierten und im Idealfall zentral akkreditierten, nämlich nach dem European Approach for College Assurance, Master anbietet. Der muss fertig sein, wenn er eingereicht wird. Also der muss schon akkreditiert sein. Alles muss fertig sein, wenn man ihn einreicht. Und was bekommt man dann? Einerseits das Konsortium bekommt man eine Förderung pro Studierende oder Studierende von 750 Euro pro Monat. Aber auch die Studierenden, die sich bewerben und die kommen aus der ganzen Welt. Und da muss man eben die besten Studierenden nehmen, nicht die Studierenden von der eigenen Hochschule. Die dürfen natürlich sich auch bewerben, aber es müssen letztendlich die Besten genommen werden aus der ganzen Welt. Und die studieren dann an mehreren Standorten des Konsortiums und bekommen dann entweder ein Double- oder Joint-Degree. Wie schaut es aus mit dem Konsortium? Es sind mindestens drei Hochschulen und davon mindestens zwei aus Programmländern. Das ist jetzt neu. Es kann auch eine Hochschule, die aus einem Partnerland ist, Koordinator sein. Also es könnte auch eine Hochschule aus China, aus Indien, aus der USA der Koordinator sein. Sie sind jetzt gleichwertig. Also im Gegensatz zur letzten Aktion, wo trotzdem der Koordinator eine Institution aus dem Programmland ist, kann es hier auch eine Institution aus irgendeinem Partnerland der ganzen Welt sein. Die Förderung ist sechs Jahre. Und je nachdem, wie man kalkuliert und einreicht, kann die Förderung sogar mehr als fünf Millionen Euro ausmachen. Dann gibt es, und das freut mich besonders, weil Österreich das sehr erfolgreich ist, wenn es einreicht, haben wir eine sehr große Trefferquote, Erasmus Bundesdesign Measure. Das ist im Prinzip die Vorbereitung eines Joint Masters. Also hier geht es um die Entwicklung eines gemeinsamen Masterstudienganges. Für das Konsortium, das es eben nicht gibt, reicht nur die Hochschule ein, die das in Zukunft koordinieren möchte. Diese Hochschule kann entweder von einem Programm oder von einem Partnerland sein. Die reicht das ein. Denn selbstverständlich ist es ideal, wenn man bei der Einreichung schon ungefähr weiß, wer könnten die potenziellen Partner sein, wie könnte ungefähr schon das Curriculum ablaufen, welche Aufgaben, welche Schwerpunkte und so weiter. Aber auch da helfe ich gerne bei der Einreichung, weil, wie gesagt, unsere Trefferquote war bis jetzt mit den Projekten, die ich beraten habe, 100 Prozent. Also unterstütze ich gerne. Die Förderung beläuft für 15 Monate und ist eine reine Pauschale von 55.000 Euro. Also man muss nicht rechtfertigen, was man mit dem Geld gemacht hat. Es geht oft aus, die Kommission interessiert nur der Output, der Outcome. Ist ein Curriculum entwickelt worden? Ist man zumindest schon dabei, das gemeinsam zu akkreditieren? Das ist das Wichtigste für die Kommission. Ansonsten muss man nicht erklären, hat man das Geld ausgegeben für Reisen, um die Partner zu treffen oder fürs Akkreditieren oder fürs Schreiben des zukünftigen Joint Master. Dann springe ich zu dem sehr bekannten Programm Capacity Building in Higher Education. Tatsächlich die Zusammensetzung von verschiedensten Urprogrammen, die die Kommission gegründet hat. Tempus ist da vielleicht das bekannteste. Das ist 1991, kurz nach dem Mauerfall, gegründet worden. Aber da gehört auch Alpha dazu, das 2004 für Lateinamerika gegründet worden ist und, und, und. Und was ist hier das Ziel? Hier ist der Fokus, sind die Hochschulen in den Rittländern, also in den Partnerländern, und zwar in den nicht-industrialisierten. Einfache Übung. Gefördert könnten werden Projekte in Nordkorea. Da gibt es noch wirklich gar kein Projekt, aber nicht in Südkorea, weil Südkorea zu den Industriestaaten gehört. Andere Sache ist zum Beispiel Australien, Neuseeland, USA, Kanada. Diese Länder können nicht gefördert werden. Und ich bitte da immer nachzuschauen, was der Leitfaden sagt, gerade jetzt in unserer politischen Situation. Was ist mit Syrien? Was ist mit Weißrussland? Was ist mit Russland? Da bitte ganz genau nachschauen im Leitfaden. Und bitte auch in so mancher Folgeversion. Es könnte nämlich sein, dass sich irgendwas entwickelt und dann die Kommission kurzfristig eine neue Version herausgibt, weil sie sagen, das eine oder andere Land ist doch nicht förderbar oder nur unter bestimmten Bedingungen. Seit letztem Jahr gibt es drei verschiedene Strands. Also wir waren vorhin bei LOTS, jetzt sind wir bei Strands. Die Kommission ist auch bei ihren Unterbezeichnungen sehr erfinderisch. Das Neue, was eigentlich gar nicht so neu ist, sondern unter Tempus 3 schon gab, also im Zeitraum von 2005 bis FF, also ein paar Jahre, sind die kleinen Projekte. Hier möchte man eben den Einstieg in Capacity Building erleichtern. Man lädt hierzu eher Hochschulen, und zwar Hochschulen in den Drittstaaten oder in den Partnerländern, ein, die wenig Erfahrung haben, die vielleicht auch klein sind, die nicht unbedingt die Kapazitäten haben, um ein großes Projekt zu heben. Es geht hier aber auch um benachteiligte Personengruppen, dass man da einen speziellen Fokus gibt. Also Inklusion ist hier ein wichtiger Punkt, aber auch es gibt Partnerländer, wo es Minderheiten gibt, dass man die auch an Bord holt. Diese Projekte sind relativ klein, dauern zwei oder drei Jahre, nicht zwei bis drei, sondern zwei oder drei Jahre. Die Förderung sind 200.000 bis 400.000. Das ist also ein bisschen die Experimentierzone. Die größeren Projekte, und die kennen wir schon sehr lange, sind die Strange-2-Projekte. Da werden tatsächlich Curricula reformiert, da gibt es neue Lernmethoden, das Management in den Hochschulen der Partnerländern soll verändert werden. Da kann man ohne Probleme auch die Arbeitswelt hereinholen und Weiterbildungskurse anbieten. Also hier wird schon definitiv mehr geändert. Die Projekte sind zwei bis drei Jahre und die Förderung beträgt 400.000 bis 800.000 Euro. Strength-free. Hier geht es wirklich um politische Reformen, um strukturelle Reformen. Hier ist der Fokus auf Reformen des Hochschulsystems. Hier müssen, und ich betone das gleich noch einmal, die Behörden in den Partnerländern hinzugezogen werden. Die müssen Partner sein. Und die Laufzeit beträgt drei oder vier Jahre. Die Förderung beträgt 800.000 Euro bis eine Million Euro. Wie gesagt, wie schaut das Konsortium aus? Man braucht mindestens eine Hochschule aus zwei unterschiedlichen Programmländern und man braucht aus jedem Partnerland, wo es möglich ist, zwei Hochschulen. In Putan gibt es zum Beispiel nur eine Hochschule. Da kann natürlich dann auch nur eine teilnehmen. Das ist ganz, ganz klar. Aber dort, wo es mehrere Hochschulen gibt und Hochschulen, die eine bestimmte Studierendenanzahl hat, dort muss man mindestens zwei Hochschulen nehmen. Und ich wiederhole es noch einmal, weil es wichtig ist und sehr oft vergessen wird, für Strength-free, also für die strukturellen Veränderungen, Veränderungen, also wenn man wirklich ins gesamte nationale Hochschulsystem eingreift, da braucht man die entsprechende nationale Behörde und wirklich nachfragen, welches Ministerium ist für diesen Bereich überhaupt zuständig. Also wenn man im Agrarbereich ist, dann bitte schauen, ist jetzt diese Hochschule im Agrarministerium angesiedelt oder doch im Hochschulministerium und dergleichen. Hier können auch Rektorinnen, Lehrende oder Studierendenorganisationen einreichen. VN steht für Vertragnehmer. Das ist neu und das ist aber auch wichtig, weil man ja wirklich Systeme verändern möchte. Für Strength 1 und 2 gibt es Prioritäten. Hier hält sich die Kommission tatsächlich an jene Prioritäten, die für ganz Erasmus Plus gelten, also ökologische Nachhaltigkeit, Inklusion und Vielfalt, digitaler Wandel, zivilgesellschaftliches Engagement und Teilhabe, Wachstum und Arbeitsplätze. Bitte das Projekt genau auf eine Priorität fokussieren. Und falls Sie ein Projekt im Westbalkan, südliche Partnerschaft oder östliche Partnerschaft, südliche Nachbarschaft einreichen möchten, hier kann es oder wird es ganz sicher wieder Subprioritäten geben. Also auch hier bitte im Leitfaden nachschauen, was die Kommission für 2023 erwartet. Die Kommission reflektiert immer, welche Projekte sind gerade schon eingereicht worden, welche laufen und reflektieren dann auch noch einmal wieder, welche Prioritäten sind noch nicht abgedeckt worden, was wäre wichtig. Und das steht dann entsprechend im Leitfaden, im Aufruf drinnen. Jetzt komme ich zu den Jean-Monnaie-Aktionen. Hier geht es, auch das ist wieder eine internationale Aktion, einreichen kann, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, die ganze Welt. Es geht eben um die exzellente Lehre und Achtung, was eigentlich normalerweise eher verpönt ist, in Erasmus Plus auch Vorschuh zu Europa und zum europäischen Integrationsprozess. Das Programm läuft schon sehr, sehr lange, ist nach dem Jean-Monnaie, einem der Gründungsväter der Europäischen Kommission und der Europäischen Union letztendlich genannt worden. Und seit 2021, seit dem neuen Aufruf, konzentriert sich der Bereich nicht mehr nur auf die Hochschule, sondern eben auch auf die allgemeine und die Berufsbildung. Für 2022 gab es insgesamt acht Aktionen. Da waren sieben hochschulrelevant. Also war interessant, dass auch Hochschulen einreichen. Und um die Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen, diese insgesamt acht Aktionen sind in drei Gruppen eingeteilt worden. Was aber letztendlich bei der Einreichung egal ist, weil sie sollten sich dann auf die Aktion konzentrieren, wie Sie gleich sehen. Die erste Gruppe sind eben die Aktionen, die wirklich nur für die Hochschulbildung sind. Hier reicht eine Hochschule ganz einfach ein, egal ob aus einem Programmland oder einem Partnerland. Und hier eben ist es auch egal, welches Partnerland es einreichen kann, hier die ganze Welt. Hier sind die ganz berühmten Module mit 40 Stunden pro Studienjahr Unterrichtseinheiten zu den EU-Studien. Es ist eben seit dieser Programmperiode auch förderbar. Summer Schools, weil diese Anfrage gab es immer wieder, wäre es nicht gut, Summer Schools anzubieten, wo die Studierenden auch gleich aus der ganzen Welt kommen und etwas über die EU lernen. Also das ist jetzt förderbar. Man muss auf jeden Fall 40 Unterrichtsstunden einreichen. Auch hier oft die Frage, sind 40 Stunden wirklich 40, 60 Minuten Stunden oder sind das vielleicht 40, 45 Minuten Einheiten, weil bei uns eine Unterrichtsstunde nur 45 Minuten dauert. Es sind tatsächlich die Unterrichtseinheit. Also wenn das bei uns 45 Minuten sind, dann sind es 40 mal 45 Minuten. Die Förderung sind drei Jahre. Es werden bis zu 30.000 Euro finanziert. 75 Prozent der Gesamtkosten werden auch gefördert. Also das sind die zwei Maximalbeträge. Und bei diesen und bei den Chairs, also gleich der nächsten Aktion, gelten gewisse Pauschalen. Die findet man im Leitfaden. Die verrechnet man. Und die werden gerechnet. Also keine reale Kostenabrechnung. Bei den Chairs, ähnlich wie die Module, geht es um 90 Unterrichtseinheiten pro Studienjahr zu den EU-Studien. Hier sind allerdings keine Summer Schools förderbar. Das Modul richtet sich eher an junge Akademikerinnen, die erst am Anfang ihrer akademischen Laufbahn sind, also Post-Graduates und so weiter, die Assistentinnen sind und dergleichen. Während die Chairs richten sich schon tatsächlich an Professorinnen und die schon länger sozusagen im Business sind. Die Charmonee-Zentren. Und ab hier sind wir wirklich bei der Realkostenabrechnung. Hier geht es um Kompetenz- und Wissenszentren zu EU-Themen. Hier darf geforscht werden zu den Projekten und zu den Themen. Die Laufzeit dauert drei Jahre. Und es werden bis zu 100.000 Euro oder und bis zu 80% der Gesamtkosten abgerechnet. Hier werden, wie bereits gesagt, reale Kosten abgerechnet. Die zweite Gruppe. Bei der zweiten Gruppe sind die Jean Monnet in den anderen Bildungs- und Weiterbildungsbereichen. Hier ist die Aktion Teacher Training interessant. Ich erwähne sie hier, weil wir hier in der Gruppe sind. Die ist eben auch wieder nur für eine Institution, Achtung, hier nur aus Programmländern, nicht aus Partnerländern. Einreichen können Hochschulen oder Lehrerinnen-Bildungsinstitutionen. Man hat gemerkt, dass vielleicht Studierende schon sehr EU-affin sind, aber dass das Wissen noch nicht bei unseren Kindern angekommen ist. Dass auch Lehrerinnen noch nicht die Kompetenz haben, den Kindern im Unterricht die EU zu vermitteln. Und da geht es jetzt nicht nur um den Geografie- oder Geschichteunterricht. Man kann das auch in Biologie, Umwelt und dergleichen vermitteln. Und deswegen gibt es diese Aktion. Man möchte hier ganz einfach einerseits die Lehrerinnen ausbilden, damit sie EU-Kompetenz bekommen, aber ihnen auch Instrumente, Werkzeuge in die Hand geben, dass sie den Kindern, den Schülerinnen, die EU näher bringen. Und dafür gibt es eben bis zu 300.000 Euro und bis zu 80% der Gesamtkosten werden übernommen. Und diese Teacher-Training-Aktion möchte ich vor allem den PHs nahebringen oder Universitäten, den Bereichen, die eben mit der Lehrerinnen-Ausbildung beauftragt sind. Letztendlich die dritte Gruppe ist die politische Debatte. Hier geht es um ein bisschen mehr Geld, wie man es sehen kann. Es geht um die politische Debatte. Es geht um die Netzwerke. Das erste Netzwerk hier geht es eben um die Zukunft Europas. Also das ist eher nach intern gekehrt. Hier braucht man tatsächlich ein Netzwerk von mindestens zwölf Hochschulen, die aus mindestens sieben Programmländern sind. Man kann aber auch Partnerländer hinzunehmen und die dürfen sogar auch einreichen. Also der Koordinator könnte auch aus einem Partnerland kommen. Aber man braucht eben diese zwölf Hochschulen aus sieben Programmländern. Die Laufzeit sind drei Jahre und die Förderung ist bis zu einer Million Euro beziehungsweise bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten. Das nächste ist ein noch größeres Netzwerk. Hier geht es nämlich um die Beziehung Europa und die Welt. Also wie schaut es mit den Außenbeziehungen aus Europas? Also bei Europa sprechen wir natürlich um die EU. Hier braucht man mindestens zwölf Hochschulen. Aber, weil wir ja nach außen wirken wollen in dem Bereich, müssen mindestens sechs Partnerländer dabei sein, sprich mindestens sechs Hochschulen aus sechs verschiedenen Partnerländern dabei sein. Einreichen kann hier auch wieder Partnerland oder Programmland. Die Laufzeit sind wieder drei Jahre und bis zu 1,2 Millionen Euro und 80 Prozent der Gesamtkosten. Letztendlich gibt es dann noch das Jean Monnet-Netzwerk für andere Bereiche. Und hier geht es vor allem um die Schulen. Also auch hier bitte BHs aufpassen. Schulen, Berufsbildungsanbieter, aber natürlich auch die Hochschulen an sich, die die Lehrerkräfteausbildung fortführen und durchführen. Hier geht es eben auch um die Vermittlung von EU-Themen. Allerdings hier jetzt nicht alleine, sondern im Netzwerk. Hier sucht man sechs Institutionen aus mindestens drei verschiedenen Programmländern. Also hier sind wir nicht international. International, was wir unter Erasmus Plus meinen. International meinen wir, wenn wir außerhalb der Programmländer gehen. Sondern wir sind nur in den Programmländern. Also mindestens sechs Institutionen aus mindestens drei Programmländern. Und darunter müssen mindestens zwei Hochschulen dabei sein. Laufzeit wieder drei Jahre und bis zu 100.000 Euro und 80 Prozent der Gesamtkosten. Ich hoffe, die Köpfe rauchen noch nicht. Braucht jemand eine kurze Pause? Vielleicht ein kurzes Ja oder Nein? Nein, danke. Okay, gut. Wie gesagt, die Folien sind danach zum Abrufen. Dann gibt es die European University Alliances. Das ist momentan das Flaggschiff von Erasmus Plus. Nimmt momentan auch das größte Budget ein. Einige der Hochschulen, die heute zuhören, sind auch schon dabei. Da gratuliere ich. Ich weiß von anderen, die sind gerade beim Vorbereiten für den neuen Aufruf. Hier geht es darum, um einen großen Zusammenschluss. Also sie ist eigentlich die Riesenschwester, die große Schwester von Erasmus Mundus. Hier geht es um den Zusammenschluss von Europäischen. Wir sind nur bei den Programmländern momentan einmal. Andere können schon mitmachen, aber sind nicht vorgesehen momentan. Aber vorzugsweise Zusammenschluss der Programmlandhochschulen zu einer Allianz. Hier geht es bei dem Zusammenschluss wirklich um eine Integration der Systeme, der Strukturen, dass man international zusammenarbeitet, auf allen Ebenen. Egal, ob es der Bachelor, Master, PhD, die reale Forschung ist, die Außenwirkung zur Gesellschaft, zum Business. Ob es um die International Offices, bei uns ist es halt die ÖH, also die Hochschulvertretung, oder um die Administration geht. Also man öffnet das gesamte System einer Hochschule und beginnt zu kooperieren mit den anderen Hochschulen in der Allianz und versucht von jeder Hochschule das Beste, was natürlich sicherlich auch subjektiv ist, zu übernehmen oder zu verändern, dass man daraus das Beste gemeinsam macht. Es gibt die verschiedensten Ziele. Macron hat gestern, vor fünf Jahren, seine berühmte Sorbonne-Rede gehalten. Die ist auch gestern in der französischen Botschaft gefeiert worden, wo er eben als Ziel gesetzt hat, dass es eben einen Zusammenschluss der europäischen Hochschulen geben soll. Und eben wo, wie wir sehen bei den Zielen, die europäischen Werte vertreten werden sollen, die europäische Identität, dass die Qualität verbessert werden soll, die internationale Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die Zusammenarbeit. Und dass man wirklich die Ziele zum Beispiel des europäischen Hochschulraums, des europäischen Forschungsraums vertritt und dass man als Vorbild fungiert. Also alles das sind die hohen Werte und die europäischen Hochschulen, die haben das als Strategie. Also das darf man sich nicht erwarten, dass das innerhalb von einer Förderperiode von drei, von vier Jahren erfüllt wird, sondern man braucht wirklich eine langfristige Strategie, das zu verwirklichen. 2022, aber auch 2023 wird es wieder eine, also wird es auch wieder einen Aufruf geben. Es gibt hier zwei Topics. Wie Sie wissen, wir hatten schon Lots, wir hatten Strengths, hier haben wir Topics. Das erste Topic hier geht es vorrangig um jene European Universities, die gerade auslaufen. 2019 hat es eine Pilotphase gegeben, da haben die 2019er Projekte dieses Jahr wieder einreichen können und von den 17 damals geförderten sind tatsächlich 16 gefördert worden. Es steht aber dieses Topic 1 auch Hochschulen zur Verfügung, die bereits in einem langjährigen Netzwerk arbeiten, ähnlich wie European Universities, aber halt nicht den Titel European University tragen. 2022 ist dazu keine dieser Allianzen, die schon eingereicht haben, aber sie sind nicht gefördert worden. Also hier geht es im Prinzip um eine, nicht nur Verlängerung der European Universities, sondern tatsächlich auch um eine Vergrößerung, um eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Die European Universities, die 2019 gefördert worden sind, sind auch aufgerufen worden, mehr Institutionen aufzunehmen und deswegen, die Laufzeit ist jetzt vier Jahre. Die Förderung läuft zwischen 3,2 bis zu 14,4 Millionen Euro, eben je nachdem, wie viele Institutionen auch dabei sind. Topic 2 ist für neue European Universities, also die eigentlich in der Phase sind, wie damals 2019, die European Universities, die neu eingereicht worden sind. Hier haben 40 European Universities, potenzielle European Universities eingereicht. Die Kommission hat ja Versprechen eingelöst und hat vier davon gefördert. Unter anderem die Fachhochschule Joanneum ist jetzt neu dabei. Hier geht es eben wirklich um eine neue European University, also die wirklich noch am Anfang stehen. Und man sieht hier geht die Förderung zwischen 8 bis 12,8 Millionen Euro für vier Jahre. Diese Konstruktion plus minus wird es auch für 2023 geben. Dann springe ich jetzt schon zu zwei Aktionen, die nur teilweise im Hochschulbereich sind oder nur im kleinen Bereich im Hochschulbereich sind, weil es eigentlich Allianzen sind, die sich mehr oder weniger im Berufsbildungs- oder sogar im Erwachsenenbereich aufhalten. Aber nachdem wir Hochschulen nicht nur Hochschulbildung betreiben oder Forschung, sondern natürlich auch sehr stark mit dem Arbeitsmarkt sich austauschen oder austauschen sollen, spielen hier die Hochschulen auch eine wesentliche Rolle. Mich freut das besonders, weil meine Herkunft ist ja aus Leonardo da Vinci, also aus der Berufsbildung. Und deswegen freut mich, dass es auch diese Allianzen gibt. Und ich unterstütze hier gerne, also wann darf man mich kontaktieren, wenn der Koordinator eine österreichische Hochschule ist. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr, hat die Wirtschaftsuni Wien eine Allianz gewonnen. Also die Allianzen für Innovation sind eine Zusammenfassung der Wissensallianzen. Die waren unter Key Action 2 und den, auf Englisch ist es Allianzen for Sectoral Skills, die war eben in der Key Action 3 und hat rein die Berufsbildung abgedeckt. Jetzt sind die zusammengekommen und verfolgen eigentlich das gleiche Ziel. Die Konzentration ist hauptsächlich auf Europa, sprich auf die Programmländer und möchte hier die Innovation fördern. Die Innovation einerseits, dass man das Wissen, das man hat, austauscht. Es gibt Innovationen im Unternehmensbereich, in den Arbeitgeber-Nehmer-Vertretungsorganisationen, bei den Hochschulen, bei der Berufsbildung, bei der Ausbildung. Es gibt immer wieder innovative Ideen und man möchte ganz einfach die unterschiedlichen Bereiche zusammenbringen und dass man hier das Wissen austauscht und diese Innovation verstärkt und da etwas voranbringt. Man wird gleich sehen bei den zwei Möglichkeiten, wo man einreichen kann. Das eine ist eher, wir haben was und wir machen es. Und das andere ist wieder etwas, wir haben eine Strategie, die braucht lange und es ist die Initialzündung. Auch hier wichtig, wir nehmen die Forschung mit. Innovation ohne Forschung funktioniert nicht und deswegen auch hier ist der Forschungsbereich willkommen. Man soll auch eben schauen, was fehlt am Arbeitsmarkt. Wir haben es gesehen bei Corona, wo wir plötzlich alle auf Homeoffice umsteigen mussten. Wir mussten alle lernen, wie kommunizieren wir über den Laptop, über den Computer, wie jetzt gerade zum Beispiel. Und hier sollen eben die Qualifikationsdefizite ausgeschaltet werden. Aber es geht natürlich nicht nur um Webinare, es geht um vieles. Man sucht eben auch nach innovativen Lärmmöglichkeiten und dergleichen. Gerade für die Hochschulbildung oder auch für die Berufsbildung ist relevant, dass man neue Curricula entwickeln soll. Und man soll das unternehmerische Denken in der EU vorantreiben. Also Entrepreneurship spielt eigentlich in allen Aktionen, auch denen, die ich bereits erwähnt habe, eine große Rolle. Wichtig ist, und das werden Sie vor allem bei den zwei Allianzen, die ich jetzt vorstelle, sehen, bitte lesen Sie sich hier den Leitfaden ganz genau durch. Es gibt viele Bezüge auf aktuelle politische Papiere der Europäischen Kommission. Hier gibt es Referenzen, hier gibt es immer wieder Ziele. Es wird auch, weil ja alles auf Innovation ausgerichtet ist, Projekte dann vielleicht, die dann schon ein Innovationsfeld abdecken und damit erfüllt ist. Das wird dann herausgenommen und vielleicht poppt dann ein neues Thema auf. Deswegen hier bitte wirklich nachschauen, ob Ihre bestimmt innovative Idee auch wirklich noch relevant ist für die Europäische Kommission. Oder vielleicht noch gar nicht auf dem Radar ist. Wir sind hier jetzt wieder bei einem Lot, also Lot 1. Hier sind die Allianzen zwischen Bildung und Enterprises. Hier werden eben im Jetzt, also während der Laufzeit dieser Allianz, Innovation, neue Fertigkeiten, Initiativgeist oder eben Entrepreneurship gefördert. Man möchte hier, und das sind eben momentan die Prioritäten, reagieren auf den Klimawandel, demografischer Wandel. Unsere Bevölkerung wird immer älter, was können wir tun, wie können wir reagieren, wenn eben die gut ausgebildeten Personen in Pension gehen, das Wissen fehlt und dergleichen. Die Digitalisierung oder die künstliche Intelligenz. Aber wie reagieren wir auch auf Änderungen bei Beschäftigungsverhältnissen? Stichwort zum Beispiel Pflege. Da fehlen uns eindeutig die Arbeitskräfte. Die sind gerade jetzt in der Corona-Krise sehr, sehr wichtig geworden. Ja, welche soziale Innovation haben wir? Wie können wir auf die Gemeinschaft, auf die Gesellschaft, auf den Arbeitsmarkt reagieren? Also diese Allianz bezieht sich eher auf das Hier und Jetzt und was können wir jetzt tun? Das Konsortium besteht aus mindestens acht Institutionen, wobei mindestens diese acht Institutionen aus mindestens vier Programmländern kommen müssen. Und um es noch ein bisschen komplexer zu machen, von diesen acht Institutionen muss es mindestens drei Institutionen geben aus der allgemeinen und Berufsbildung. Und hier ist gemeint, mindestens eine von den dreien. Es tut mir leid, dass es so kompliziert ist. Eine Hochschule und eine Berufsbildungsinstitution. Und auf der anderen Seite, weil ich ja gesagt habe, insgesamt mindestens acht Institutionen, mindestens drei Arbeitsmarktakteure. Was könnte das sein? Das könnte ein Unternehmen sein. Unternehmen, ein Business im weitesten Sinne. Also das könnte auch ein Krankenhaus oder ein Theater oder dergleichen sein. Ein Museum. Aber es könnte auch die Gewerkschaft sein. Es könnte die Wirtschaftskammer sein. Es könnte die Arbeiterkammer sein. Und dergleichen. Diese Projekte laufen zwei oder drei Jahre, nichts dazwischen. Und umfassen eine Million bis zu, beziehungsweise bei einem dreijährigen Projekt bis zu 1,5 Millionen Euro. Also hier sagt man, bei einem zweijährigen Projekt bis zu einer Million Euro, bei einem dreijährigen bis zu 1,5 Millionen Euro. Und Entschuldigung, dass ich noch zurückgehe, hier und auch beim nächsten Lot. Man darf Partnerländer hinzunehmen, wenn die eine spezielle Expertise haben. Das heißt, im Gegensatz zu Capacity Billing, wo wir uns ja konzentrieren auf die Partnerländer, dass sie eine gewisse Expertise erst brauchen, ist es hier umgekehrt. Hat man ein Partnerland, das schon sehr stark in dem Bereich der Innovation ist und da schon ein gewisses Know-how hat, dann kann man das Partnerland noch dazunehmen. Aber Betonung ist dazunehmen. Also das wäre dann die zumindest neunte Institution. Und das muss man auch gut erklären, warum man die dazunehmen. Das Gleiche gilt bei Lot 2, nur hier sind wir eher im strategischen Bereich. Das heißt, hier legt man das aus, dass das erst die Initialzündung ist für eine Innovation, dass man etwas vorbereitet, was tatsächlich wesentlich länger als, und man sieht es unten, wesentlich länger als vier Jahre dauert. Aber man jetzt schon einmal anfängt, das alles vorzubereiten, weil man wirklich in den Systembereich geht und eine systemische Änderung vornimmt. Deswegen geht es hier auch eher um die Blaupause, um den Blueprint und um den Sektor. Man verändert etwas sektoral. Das heißt, und Achtung, hier wirklich ganz, ganz wichtig, schauen Sie sich bitte den neuen Aufruf auf, weil die Kommission tatsächlich hier im Lot 2 jedes Jahr die Bereiche ändert. Weil jeder Bereich, der abgedeckt wird, wird ausgeschaltet und dann gibt es für die nächsten Jahre keinen Aufruf mehr. Hier wird wirklich für jeden Bereich eigentlich auch nur eine Allianz gefördert und dann lässt die Kommission diese Allianz einmal laufen und schaut, was wurde in diesem Sektor jetzt gemacht. Und damit ist dieser Sektor dann belegt von der Allianz, die genehmigt worden ist. Deswegen, also insgesamt soll es eben um konkrete Lösungen geben in der Kompetenzentwicklung, eben in den unterschiedlichen Wirtschaftssektoren. Das kann der Agrarbereich sein, das können gewisse digitale Bereiche sein. Wie gesagt, die werden im Aufruf dann konkret aufgelistet und man möchte hier Aktivitäten sehen im Bereich Umschulung. Wie kann man Weiterbildungsmaßnahmen machen, damit wirklich die Arbeitskräfte und der gesamte Arbeitsmarkt darauf reagiert. Also hier muss man wirklich das ganze Land mitnehmen, um hier etwas Konkretes zu machen und nicht nur den eigenen Bereich oder das eigene Bundesland oder das eigene Umfeld, sondern hier muss man wirklich tief eingreifen, um auf diese Bedürfnisse des Arbeitsmarktes einzugehen. Und das Konsortium, das sehen Sie auch gleich, das ist wesentlich umfangreicher. Also es sind zwölf Institutionen aus mindestens acht Programmländern. Und hier braucht man mindestens fünf Anbieter aus dem Bereich Allgemeine und Berufsbildung. Auch hier wieder mindestens eine Hochschule und einen Berufsbildungsanbieter. Aber auch das kann sich wieder ändern. Also bitte im konkreten Call nachschauen. Und man braucht mindestens fünf Arbeitsmarktakteure. Wichtig ist das, weil man ja in die Systeme des Arbeitsmarkts eingreifen möchte und weil man ja auch strategisch überlegen muss, das Projekt soll eben nicht nur die geförderten vier Jahre laufen, sondern darüber hinaus. Das heißt, man braucht auch Geldgeber. Man muss schauen, wie kann ich das nachhaltig später finanzieren, dass das auch konkret umgesetzt werden kann. Die Förderung betrifft bis zu vier Millionen Euro. Und jetzt bewegen wir uns noch ein Stück weiter in die Berufs-, aber auch in die Erwachsenenbildung. Die Forward-Looking-Projects, die sind relativ neu. Und auch hier muss ich betonen, ich berate, aber ich berate nur, wenn eine österreichische Hochschule der Koordinator ist. Gefördert werden hier ebenfalls wieder Innovation, Kreativität und auch soziales Entrepreneurship. Und da geht es eben um die verschiedensten Bereiche in der allgemeinen und in der Berufsbildung und innerhalb der Sektoren, aber auch sektoren- und fachübergreifend. Also hier geht es noch einmal stärker im Gegensatz zur Allianz für Innovation, dass man noch weiter über den Tellerrand schaut und wirklich schaut, was passiert im eigenen Sektor oder was passiert interdisziplinär. Nicht nur mit meinem Sektor, sondern auch mit verwandten Sektoren und wie können wir gemeinsam stärker agieren. 2022, und hier muss ich mich auch wieder auf den alten Aufruf berufen, wie gesagt, sobald es den neuen gibt, wird dann auch die Webseite dann aufgemacht mit den neuen Prioritäten, mit den neuen Lots. 2022 war es so, dass es drei verschiedene Lots gab und innerhalb dieser drei Lots gab es sechs Prioritäten. Also im Lot 1 gab es zwei, im Lot 2 gab es drei und im Lot 3 gab es eine Priorität. Man muss exakt eine Priorität treffen und dann schauen, wie sind dann die Voraussetzungen bei den unterschiedlichen Lots vom Konsortium und dergleichen. Ich zeige Ihnen gleich, wie es beim Aufruf 2022 ausgesehen hat. Auch hier bezieht sich dann der Leitfaden, also die Heilige Bibel für den Aufruf, auf verschiedenste politische Papiere, Forderungen der Europäischen Kommission, Ausrichtungen, Strategien. Also hier bitte sich ganz genau dann den Leitfaden für 2023 durchlesen und auf dieses eingehen, was die Europäische Kommission erwartet und möchte und auf was sich die EU beruft. Ich habe gesagt, EU-hochschulrelevant ist Lot 1 und Lot 2, nicht Lot 3, weil da geht es dann wirklich nur um die Erwachsenenbildung. Im Lot 1 haben wir die Cross-Sexual Priorities. Also man sieht schon, hier geht es durch die verschiedensten Sektoren und hier gibt es einerseits die Priorität 1, hier ist der Schwerpunkt die digitale Ausbildung, während in Priorität 2 geht es eben um den Green Deal, um die Green Transition und hier sollen eben die Bildungs-, also die allgemeine Bildung, die Weiterbildung vorangebracht werden. Das ist hier der Fokus. Wie gesagt, die ganzen politischen Papiere findet man dann im Leitfaden, was sich die Europäische Kommission da genau erwartet. Wie schon, egal ob sie in der Priorität 1 oder in der Priorität 2 unter Lot 1 einreichen aus, man braucht mindestens drei Institutionen und das sind auch Hochschulen gemeint, aus mindestens drei verschiedenen Programmländern. Von den Programmländern müssen, damit es nicht zu einfach ist und dass wir wieder ein bisschen Gehirnjogging haben, mindestens zwei aus EU-Mitgliedstaaten sind. Was heißt das? Also ein Projekt mit Österreich, Serbien und Island wäre nicht förderbar. Weil Island und Serbien sind zwar die sogenannten Programmländer, sie sind die sogenannten assoziierten Drittländer, aber sie sind noch nicht EU-Mitgliedstaat. Also sie brauchen mindestens zwei EU-Mitgliedstaaten. Die Laufzeit geht zwischen zwei und vier Jahren und ist maximal 800.000 Euro. Beim LOS 2 gehen wir schon Richtung Berufsbildung, aber klarerweise, ich habe es schon gesagt, die Hochschule ist ja nicht nur in der akademischen Ausbildung unterwegs, sondern auch natürlich in Kontakt mit der Arbeitswelt, mit der Forschung und somit auch in der beruflichen Weiterbildung. Und deswegen sind auch in diesem LOS 2, auf Deutsch LOS 2, herzlich willkommen. Hier gibt es drei Prioritäten im Supporting the Pact for Skills, dann Structures and Mechanisms for Applied Research in Vocational Education Training und Green Skills in Vocational and Education Training Sector. Also man sieht, der Green Deal spielt eine Riesenrolle in diesem Bereich und auch hier benötigt man aus drei verschiedenen Programmländern Institutionen, aber Achtung, man braucht jeweils aus mindestens drei Programmländern Institutionen und zwar jeweils einen Arbeitgeber oder Arbeitgebervertreter. Also es kann ein Unternehmen sein, es kann aber zum Beispiel auch die Wirtschaftskammer sein und Organisationen und Organisationen und da auch jeweils drei aus der allgemeinen und der Berufsbildung oder deren Vertreter und Vertreterinnen. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre und die Förderung sind maximal 700.000 Euro, egal ob sie in die Priorität 3, 4 oder 5 einreichen. Wie gesagt, die Priorität 6 habe ich Ihnen nicht vorgestellt, weil die würde unter LOS 3 fallen. Hier geht es ausschließlich um die Erwachsenenbildung. Ich hoffe, die Köpfe rauchen noch nicht zu sehr, deswegen bin ich eigentlich jetzt schon bei meiner vorletzten Folie und möchte hier einen kleinen Ausblick geben. Wir erwarten, dass der Aufruf und der Leitfaden im November, ah, nein, nicht November 2023, das ist ein Tippfehler, Entschuldigung, sondern der Aufruf für 2023 im November 2022 veröffentlicht wird. Sorry für den Tippfehler. Und wir werden dazu natürlich dann Newsletter rausschicken. Wir werden es auf unseren Webseiten veröffentlichen. Sie werden per E-Mail informiert von mir, von meinen Kolleginnen, die in der dezentralen Aktion unterwegs sind. Und Sie finden dann sofort auch den Leitfaden selbstverständlich auf unseren Webseiten. Meine Bitte ist, auch wenn Sie gerne vielleicht die deutsche Version durchlesen, nehmen Sie sich trotzdem immer auch die englische Version hinzu, weil das letztendlich das Referenzmaterial ist. Die Europäische Kommission übersetzt das selbstverständlich in alle Sprachen, aber wenn es hart auf hart geht und wenn ein Korrigendum rauskommt, dann kommt es meistens nur auf Englisch raus und es wäre Ihnen schade, wenn Sie nicht auf dem Letztstand sind. Wichtig ist auch, und das gilt seit dieser Programmgeneration, das F-Top, wie wir in Kurzversion sagen, also die Funding Tender Opportunities oder wenn man es mit dem P ausspricht, Funding Tender Opportunity Portal. Sie haben hier den Link und hier finden Sie tatsächlich alle möglichen EU-Förderprogramme. Also hier finden Sie auch Research und dergleichen. Und hier müssen Sie halt über diverse Filter einsteigen, damit Sie tatsächlich dann auch den aktuellen Call finden. Also bitte auch immer ausblenden, closed oder running, also closed oder ist gerade in der Evaluation, sondern öffnen Sie dann bitte wirklich nur den aktuellen, also den Open Call. Da finden Sie dann alle aktuellen Informationen zum Call. Da gibt es dann auch FAQs. Hier auf diesem Funding Portal können Sie sich auch registrieren. Auf meinen Webseiten gibt es auch ein Video, was man alles mit dem F-Top machen kann. Also man kann sich auch als Evaluationsexpertin hier registrieren. Das Portal kann sehr viel, aber es ist leider auch ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Es kann schon so viel, dass man sich manchmal halt verläuft oder genau das nicht findet, was man gerade sucht. Die Kommission hat versprochen, das zu bessern. Schauen wir mal, was wird. Wie gesagt, dieses Tool kommt eigentlich aus der Forschung, ist schon früher in Horizon genutzt worden. Dann möchte ich eben ankündigen, ein gemeinsames Informationsseminar, das wir, und das machen wir schon seit 2010, 2010 hat das eben Ungarn, die Slowakei und Österreich begonnen zu machen, damals noch unter der Erasmus-Mundus-Finanzierung, dass wir uns konzentriert haben auf die zentralen internationalen Aktionen, sprich, damals war es halt noch Tempos, jetzt Capacity Building, Erasmus-Mundus und Jean Monnet. Und wir haben dann letztendlich auch die Tschechen dazu gewinnen können. Und dieses Mal ist wieder Ungarn dran, das auszustatten. Deswegen gibt es in Ungarn ein hoffentlich in-person Seminar, nicht Webinar, sondern Seminar. Und das beginnt am 10. November zum Mittag und hört auch am 11. November zum Mittag auf. Also es ist für fast alle Hochschulen in Österreich innerhalb von zwei Tagen zu machen, dass man hinfährt und wieder zurückkommt. Was wird geboten? Schwerpunkt sind eben Erasmus-Mundus-Capacity Building und Jean Monnet. Wir stellen die Aktionen mit dem aktuellen Call vor. Es kommen Leute von der Kommission oder wir schalten sie zumindest hinzu. Wir bieten Best Practice an, wir bieten eine Partnersuchbörse, wir bieten Informationen, Beratungen an. Und es ist eine gute Möglichkeit, sich mit Hochschulen eben aus Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn auszutauschen. Und eigentlich hat sich das Format immer als sehr erfolgreich gezeigt. Und viele Projekte sind auch schon herausgekommen. Ich werde diese Woche noch das Save the Date rausschicken. Also wenn Sie dann später auf der ÖAD-Webseite bei Veranstaltungen auf 10. oder 11. November klicken, werden Sie das auch finden. Wir werden das auch berühmt positionieren. Und ab nächsten Montag, also am 3. Oktober, ist dann tatsächlich auf dieser Webseite, die unsere tschechischen Kolleginnen angelegt haben, dann auch die Anmeldung möglich. Die Mahlzeiten sind inkludiert, also ein kleines Mittagessen, die Kaffeepausen, ein schönes, großes Abendessen am Donnerstagabend. Die Unterkünfte, da haben die ungarischen Kollegen Hotels herausgefunden, wo man das unter bestimmten, also ja, verringerten Preisen bekommt. Aber natürlich steht ihnen frei auch selber etwas zu buchen oder eben, ja, vielleicht haben sie ja Freunde, Verwandte und dergleichen, um dort unterzukommen. Und letztendlich, ich habe Ihnen ja jetzt nur einen groben Überblick der verschiedenen Aktionen, sieben Stück an der Zahl, gezeigt. Es wird dann zu den Aktionen dann konkrete Webinare ab dem Dezember geben. Wie gesagt, wird das ganz sicher Jean Monnet, Erasmus Mundus oder Capacity Building betreffen, wahrscheinlich auch Virtual Exchange für andere Aktionen wie die Allianzen, egal ob es Innovation, also European Universities natürlich auch, die werden auch sicherlich gleich am Anfang des Jahres sein, für die Allianzen der Innovation oder Forward-Looking Alliances. Hier ist ja normalerweise der Aufruf im September und hier schaut es so aus, dass diese Aufrufe vor dem Sommer verlegt werden. Also das könnte eventuell der Mai oder der Juni sein. Hier müssen wir noch auf den konkreten Aufruf warten, aber hier wird es so wie es aussieht für jene Aufrufe, die bis jetzt im September waren, eine Vorverlegung vor dem Sommer geben. Deswegen wird es dann dort die Webinare etwas später geben. Deswegen letztendlich sage ich jetzt einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr verwirrt. Diesen Vortrag wird es auf allen Webseiten zu den zentralen Aktionen geben. Bitte immer ganz runter scrollen. Dort finden Sie dann ganz viele Unterlagen, Vorträge, Videos und dergleichen. Und ich möchte herzlichen Dank sagen. Und ich stehe selbstverständlich für Beratungen immer zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie mich, vor allem, wenn es dann um das Konkrete. Ich werde Ihnen den Antrag nicht schreiben, aber ich kann gerne einen kritischen Blick draufschmeißen und Ihnen dabei helfen. Und deswegen sage ich jetzt einmal Danke und werde hier einmal die Folien stoppen und vielleicht, falls es Fragen gibt, dann sage ich, bitte melden und ganz einfach reden, weil ich habe nicht den kompletten Überblick. Ja, hallo Martina und danke. Anna, Universitätsbreiterbildung Krems. Ich habe eine Frage, ich habe sie auch im Chat gepostet, aber ich lese sie nochmal vor, ob du weißt, ob es spezielle Pläne für Erasmus-Projekte mit der Ukraine geben wird, ob man das jetzt schon vielleicht sagen kann. Nein, also das darf ich sagen, also momentan, aber man weiß ja nie, die Ukraine wird momentan und so ist uns auch nichts anderes kommuniziert worden, wie ein normales Partnerland gehandhabt, also ich sage jetzt, damit es nicht verfänglich wird, wie Peru oder Argentinien. Und auch nicht inhaltlich, also dass es da einen speziellen Fokus geben könnte? Nein. Nein, weil die Töpfe sind normalerweise regional, also die Ukraine ist im Topf für die östliche Partnerschaft. Hier gibt es sicherlich, könnte ich mir vorstellen, Sanktionen für Weißrussland, also das sind im Prinzip sind es sechs Länder, die da drinnen sind, das ist Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Moldau, Ukraine und Weißrussland. Ich könnte mir vorstellen, in der momentan politischen Situation, dass es gewisse Sanktionen und Eingriffe bei Weißrussland gibt, aber ansonsten nicht. Nein. Dankeschön. Bitte. Oje, oje, zu viel Information, glaube ich. Ich erwarte gerne noch, ob sich vielleicht doch noch jemand traut. Wie gesagt, das ist der große Überblick, das ist der Bauchladen, den ich anbieten kann bei den zentralen Aktionen. Man sieht, man kann sehr, sehr viel machen. In den Aktionen sind tatsächlich wirklich alle Hochschulbereiche herzlich willkommen. Man erkennt, man sieht, auch für PHs gibt es interessante Bereiche, gerade beim Teacher Training, würde ich sagen, ist hier eine gute Möglichkeit, etwas voranzutreiben, gerade um den europäischen Gedanken den Schülerinnen, den Lehrerinnen näher zu bringen. Aber man kann auch in die weite Welt schauen. Einige von den Teilnehmerinnen fahren ja jetzt auch mit nach Kenia an die Ayrgothen Universität. Das freut mich auch sehr. Ich hoffe, dass wir da auch von allen noch die Institutional Profiles bekommen, auch die PowerPoint-Präsentation, weil gerade für Sub-Sahara-Afrika haben wir jetzt bei Capacity Building, aber auch bei K171 ein sehr, sehr großes Budget. Also auch hier bitte die Möglichkeit wahrnehmen und in diese Region vorangehen. Aber ja, ich weiß nicht, traut sich niemand oder ist alles klar? Hallo! Aus deiner Sicht positiv sehen, du hast uns so viele Informationen gegeben, dass wir eigentlich alle Informationen haben, die wir brauchen. Und ich glaube, es muss bei jedem jetzt einfach ein bisschen zickern und dann das nochmal neu sortieren, weil es war ja doch ziemlich dicht, aber ich glaube, du hast uns wirklich einen tollen Überblick gegeben. Aus meiner Sicht ist es momentan nochmal klar, das heißt, man muss jetzt einfach zurückspielen in die Institutionen, gibt es Interesse und wie können wir dann weitertun? Und so geht es schon danke für den ganzen Support, den du auch immer wieder bei diesen ganzen begleiteten Anträgen und sonst irgendwas machst. Also danke! Ja, vielen Dank, Bertha. Also das ist sehr, sehr nett, dieses Feedback. Ich kann auch sagen, falls es einmal konkret die Idee gibt, dass Sie einen kleinen Informationsworkshop machen möchten an Ihrer Hochschule, ich weiß nicht, ob ich zu jedem hinfahren könnte, um einen Überblick zu geben zu konkreten Aktionen, aber zumindest, dass man mich virtuell hinzuschaltet, damit er eben nicht nur Ihnen der Kopf raucht, sondern vielleicht auch den Kolleginnen. Also ich stehe da für alles Mögliche zur Verfügung und erfreue mich auch schon auf Projektideen und unterstütze da gerne. Wie gesagt, wenn es keine weiteren Fragen gibt, meine E-Mail-Adresse hatte ich eingeblendet, meine Durchwahl beim ÖAD ist 440, dann würde ich dieses Webinar schließen. Man findet mich in ein paar Tagen auch auf YouTube. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Da können Sie dann gerne auch nachlesen und nachfragen, nachschauen und ich sage inzwischen vielen, vielen Dank und frohes Warten auf den neuen Aufruf. Danke.